Oh Marco, du bist mir echt was schuldig. Er sieht doch gut aus. Möchtest du schauen, das geht ein HIT. Wir können uns doch gerade in Spice Boys umtaufen. Wir kommen jetzt ein bisschen umstyling, das tut uns gut. Ein bisschen frischer Wind. Hey Jungs, ich sehe das wie ein Kackadou. Ivo, das ist der erste Anfang. Mit dem kommen wir raus. München oder Paris oder die USA. Amerikaner lieben so Schweizer. Ground Control to Magic Woods. Siehst du, was da hinten steht? Universal Music. Möchtest du, irgendjemand in den USA interessiert sich für deine schweizerdeutschen Textlisse? Sehr scheiße. Die Band hat ein paar Forderungen aufgestellt. Nicht grosses. Peanuts. Zwar waren wir der Vorschuss im Bar. Biomineralwasser von Kristallinahüttenquellen. Ein Küchenkrum mit Auszeichnung. Was ist das für ein Goal? Gomio. Ein Item. Ein Schiff auf dem Vierwald Städtensee aus Proberaum. Und eine Autobahnviniete für mein Subaru. Zwei Autobahnviniete. Sorry. Was war das nochmals für ein Mineralwasser? Ähm, das ist das Biomineralwasser von der Kristallinahütte. So, Junge. Sam. Wir haben einen Case Study gemacht und die Analyse ergeben, dass die Kunden eigentlich nur in non-urbanen Gebieten und von Spotify Basic Abonnenten gehört werden. Landeier. Schweizer Govonies Abgelt. Sam. Zeig mal deine Bilder. Heutzutage musst du Influencer sein. YouTuber, Instagramer. Die können alle gar nicht singen und haben fünfmal so viele Fans wie du. Mach doch mal ein bisschen Standferien. Zeigst dich oben ohne. Du hast das Posten und dann kommt das gut. Das Wichtigste. Wir müssen irgendwie von diesem Gartenhag und Landstreicherlook wegkommen. Das ist ja kein Landstreicherlook. Wir sind doch nicht bei der Heilsarmee. Sam. Dieser Look. Vereint Hypness und Simplicity. Er holt alle ab. Business-Leute, Mütter, Väter, Kinder. Insta-Kiddies, Rich-Kiddies, Bloggers, Influencers, Dings, Oinks. Kurz braucht doch keine Veränderung. Das bin ich doch mal ich auf dem Foto. Ja gut. Du und Ryan Gosling sind auch schon urenähnlich. Hey. Wir haben schon zwei Privalos gewonnen. Das Glanz und Glore ruft die ganze Zeit an. Und gestern beim Hallenbad gesehen, auf dem Sprungbrett, hat einer eine Autogrammelle von mir. Kunz ist mega bekannt. Seveira, mögst du mal das Herplay von Kunz? So, das sind die Nationalen. Für die Regionalen müssen wir Papiere anfüllen. Das ist aber von Kunz. Wir brauchen die von Kunz. Kunz? Ist das unter Newcomer? So, das sind die nationalen, regionalen, inklusive lokalen. Und die Internetradios? Das sieht man auch. Wir müssen schnell aufs WC. Kommen wir gleich wieder. Ischi. Wir brauchen so ein Plattenlabel. Kann ich mehr machen. Jetzt haben wir das Status Swiss Reservier. Auf das gibt es Angrationsversicherungen. Nein, es hat abgeschlossen. Was hat man abgeschlossen? Es hat 2 Euro gekostet. Ah! Ischi! 2 Euro! Wenn wir das nicht viel gut sind, sind wir pleite. Zweimal. Was zweimal? Ich habe es zweimal reserviert. Erstens war es günstiger und zweimal haben wir das Kackel auch viermal gefüllt. Kunz, es läuft ab jetzt so, wie ich dir das sage. Und zwar so. Das kannst du in Zukunft an Kindergeburtstag oder bei Erdung spielen. Hast du das verstanden? Aber die Autobahnvignette, die Woti. Das macht euch das ja noch. nicht nur ein Werft, aber das ist neue MBye für den Ingen¡-Div. Das macht euch das ja das auch selbst. Und dann ist euch das sehr, wie ich aus. Und dann, wenn du das. Ich wohne. Vielen Dank.